Uttita, Vasishtasana, die aufgerichtete Seitstellung, ist eine Variation der schiefen Ebene. Die seitliche schiefe Ebene wird auch als Vasishtasana bezeichnet. Du hast die rechte Fußkante und die rechte Hand auf dem Boden, du hast das Becken und den Kopf gehoben und dann hebst du auch noch das linke Bein hoch und fasst mit der linken Hand an den linken Fuß. Das ist Uttita, Vasishtasana. Diese Stellung entwickelt zum einen die Flexibilität von Oberschenkel und Kniekehle. Sie ist herausfordernd für das Gleichgewicht. Du stärkst auch Arm und Bein, auf denen du stehst. Und diese Stellung stärkt auch die tiefen Gesäßmuskeln, die Abduktoren und ist deshalb auch gut für Gesundheit im Kreuzbereich. Und natürlich stärkt die Übung auch die seitliche Rumpfmuskulatur. Uttita, Vasishtasana, ist eine schöne Stellung einzunehmen im Rahmen der schiefen Ebene, mindestens ab und zu mal.